Endlich Ich muss mal ausdenken, wie ich die ganz schnell töten kann, damit das da oben glänzlich verläuft Nein! Nochmal von vorne So, Konzentration, tot So muss das gehen Die ganze Zeit aber Blocks Arm und Bein Dieses Level ist echt Hölle Dicken Popel, ey Gibt's in allen Farben, unglaublich Aber ich verstehe auch gar nicht, warum die auf einmal hier Skelett zeigen Die irgendwie sind Blocks Fäuste unter Strom oder so Ja! Durch ohne Schaden zu nehmen Götter gleich Wie ein Gedicht Und rüber Jawoll! Wunderschönst Wunderbest Nicht schön Ah, fuck War das schön Ja Weiter Komm, jetzt ohne Schaden zu nehmen Und natürlich geht das nicht Es geht natürlich nicht Es geht natürlich nicht Komm, Biene Ich will jetzt keine Leben verlieren Es leckt schon wieder Nicht, dass das off-synchron wird Wenn das off-synchron wird Dann schreibe ich nochmal Aber dann im nächsten Video Verpiss dich Ich weiß genau, du vermisst mich So, was jetzt richtig nervt sind diese Viecher mit ihrem Schild Und dieser gelbe Popel hier Okay, abgesehen von den Viechern mit dem Schild Nervt mich auch die Tabolen und sämtliche Leute Die ich kenne Aber Ja Dieser Popel War doch einer der schlimmsten Fälle Von Nerven So So, jetzt erstmal chill ich Und da kommt das erste Arschloch runter Hoch Ist in der Luft Oder wie auch immer Jetzt komm erstmal runter, du Wichser Den muss ich sofort runterholen Der ist ganz gefährlich Okay Das Ah, okay Jawohl Ah, jetzt Jetzt habe ich eine Technik rausgefunden Um mir Zeit zu verschaffen Okay 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 Floh Nummer 1 Floh Nummer 2 Bonusleben wäre ganz cool Da ist nichts Okay Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier hoch springen Und hier rüber gehen Ah, da fliegt der Arschloch Sterben Danke Jawohl Klappt Wie am Schnürchen klappt das Oh, dieses Drecksweg Ich bete dafür, dass es nicht off-synchron wird Weil es laggt jetzt schon wieder Weil es laggt Könnte es off-synchron werden Und das wollt ihr nicht Das will ich nicht Das will glaube ich niemand Ah, ne gut Außer Leute, die mir Misserfolge wünschen Die wollen natürlich, dass es auf-synchron wird Ach komm Und ich glaube jetzt das allerletzte Mal Dass ich so ein scheiß Ding töten muss Kommen wir noch Schön Nein Das war meine Chance Ja, 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 ja Ja Geil Wenn ich jetzt sterbe Ey, dann Dann Gibt's ja egal Aber wir beten einfach mal Dass ich jetzt nicht sterbe Und zwar beten wir sehr viel Und sehr schnell Hohoho Hohoho Ich hab noch eine Biene Ich hab noch eine Jawohl Ey, wenn der mich jetzt tötet Na, dann dreh ich durch Dann dreh ich durch Komm, geh weg, geh weg Und ja Level geschafft Ist das geil Das ist so geil Alter, ist das toll So Und damit Ist auch erst mal Ende Weil ich will mir das nächste Level jetzt nicht antun Dieses Level war schon Hölle Deswegen sage ich Peace out Ich bin draußen wie Wie Straßenverkehr